so hallo Leute und die letzte Mission ein neues Spielzeug wird jetzt von uns gespielt das hat sich so leicht perversalte die Hündigen anguckt und weißt du was abgeht so eine Waffe nicht jeden Tag aber den Widerstand fällt so was nicht zum ersten Mal in die Hände okay das war es ist noch dem die Pulskarte oder what the fuck das wird heftig ich kenne nicht alle Waffen nicht meine ich glaube na gut ich spiele ich will eine Pulskanone und wollte sie damit schlitten ja leider das hätte mir nämlich stumm man ja du bist ja auch stumm ich glaube da liegt die Pulskanone oder? ne selbst schon im Lager wo wirst du denn jetzt? haben wir die schon? ne ich bin wahrscheinlich jetzt gegen Ende wieder haben wir denn die Shotgun? ja sag mir bitte nicht diese komischen Krabbelfiecher ne bei mir sind sie so Soldaten so Blechmänner aber richtig gut schütze oh spinne 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 ja sehe ich doch vor dir Alter sie haben mich erledigt großer wow die spinne macht ungezeichnen pass auf Alter wieder großer großer ja ja das war ein Kopfschutz lol ich habe eine Granate vorhin geschmissen und das hat als Kopfschutz gegolfen ne klar weiß aber auch schon gehabt rache ich höre was krabbeln ich sehe aber nichts ich auch nicht sag doch nur ich höre was äh äh hier ist noch ein kleiner Gemeinschaftsaufzug in den die uns beide locken wollen wahrscheinlich kommt dann gleich der Dicke von vorhin ich bin dafür dass er deinen Arsch nimmt und mich in Ruhe lässt ne kein dein nein mein Arsch ist toll hä wir müssen auf die andere Seite wie stabil diese Wichsköpfe aber auch sind ey Alter wollte ich grad sagen verreckt endlich ne Achtung Feuerkeule ja beim Alexa will der stirbt nicht ja die sterben alle kaum alter stirb endlich ey Kopfschuss es ist ich habe es gedreht aber nicht schon wieder wenn roter wie holz dort nicht sonderlich viel ausgehalten der Typ run wurde von total dahin Ich war hier nicht vorhin. Ich werd von hier beschossen. Ja, das ist ein Geräusch. Ich lauf halt durchs Feuer, du Arsch. Jo, ich komme. Ich weiß nur nicht, wie es hier weitergeht. Dann geht es bei mir weiter. Wie ich runtergegangen bin. Jetzt geht es nicht mehr weiter. Hier kommen immer noch Leute, aber ich brauch hier irgendwie so ein Gasrad oder so. Oh ja, tu das. Das sind meine Lieblingsspielchen, Granaten im Arsch. Ja, er lebt noch. Liegt schon wieder, oder wie? Na, ich kann gar nicht mehr liegen. Also nur noch, dass du mir aufhilst. Wow! Oh, ich werd Freunde gefunden. Boah Gott, ich bin so schlecht mit MG. Inziehen. La, 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 la. Komm, großer. Lass'n durchkommen. Was will denn? Ja. Warte. Oh, ist das offen. Ja, natürlich hört das Feuer so spontan auf. Nee, ist vor der weniger ein bisschen. Ja, natürlich. Nur warum? Die Musik ist nicht gut. Ich weiß auch warum. Ich seh's. Loll. Und da kommt noch ein anderer großer. Der kommt grad raus. Geh ein. Pass auf. Hinter dir gleich. Nee, der steht hier. Der ist so tot, oder wie? Jo. Wenn du der rechts nach links gehst. Ja, genau. Der hat fast keinen Ausdruck mehr. Alter. Das ist richtig zerwitzend. Oh ja, und jetzt darfst du mal vibrieren, spüren. Ah, das ist voll dumm aus. Sieht voll dumm aus, ne? Nicht nur, dass es dumm aussieht, es fühlt sich voll ekelhaft an. Was? Wie verhalten die Dinger halt da raus, ey? Ja. Dass das Magazin auf den drauf gekloppert, Alter. Oh, ein Mensch. Ich glaub, das ist der Bank-Tresor. Payday. Hat er schon ausgeraubt. Wow. Das sind die Pulskanonen? Scheint so. Ich hab' mal gespannt. Mundi hat sie. Oh. Das sind Miniguns im Endeffekt. Wir machen den Weg frei. Hihihihihi. Alter, verrecke. Große Hunden. Zwei große Hunden. Zwei große Hunden. Muss nachladen. Oh, meine muss nach sein, Alter. Alter, wie viele denn noch von euch? Ich lade mal kurz nach. Kommt so kleiner Pisser an, weißt du? Hier. Hier ist noch einer. Ich seh' hier kein Problem. Hinter uns. Einer mit Shield. Die kann nur, finde ich, leicht immer, muss ich zugeben. Jo. Als ob du standhalten kannst. Okay, 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 okay. Der rattert trotzdem durch. Der rattert. Der rattert. Der rattert. Der rattert. Der rattert. Aber hat auch mir wehzutun. Ähm. Jo. Ja, nachladen. Ich hab' noch einer. Ja. Hat nicht. Daran muss man sich nicht unbedingt erinnern. Bitte nicht von neuen, Alter. Ja doch, natürlich. Ich hab mir doch früher auch. Oh, wow. So eine Waffe findet man nicht jeden Tag. Aber dem Widerstand fällt sowas nicht zum ersten Mal in. Dann haben die Leute jetzt wenigstens für den Abschied nochmal einen längeren Part. Die Waffe ist echt geil. Die ist aber leicht OP für dich. Das Problem ist, die Feinde schlucken so viele, Alter. Das ist voll ab normal. Die Waffe hätte ich gerne mit den ganzen kleinen Mutanten... Ach ja, mit den Schildern. Die Schwachstelle ist bei denen die Bene. Die Bene? Ja, Entschuldigung, Ostdeutsch. Die Bene? Kannst du einfach aufs Schild rattern. Irgendwann geht das weg. Weißt du, diese Boomerang-Dinger bringen gegen diese überhaupt nichts. Ich hatte davon sieben Stück, Alter. Ich hab die ganze Zeit auf irgendeines draufgekommen. Hast du das gehört, Eindringlinge? So hab ich's nie das. Sie haben deinen Geruch gerochen. Darum reden sie auch von uns. Da ist dieser kleine Bot. Kopfschuss, sehr klar. Da häng ich doch nur in den Kopf. Ja, lol. Ich warte, bis du mich wiederbelebst. Ich will meine Defizite noch nicht verschwenden. Siehst du dich? Ja, einer ist da. Einer kommt grad runter, der Große. Das ist groß, Alter. Einer kommt grad runter, der Große. Da ist ein Großer, Alter. Der ist Klempner vom Beruf. Der Große stirbt nicht, Alter. Bei mir ist auch noch ein Kleiner. Oh. Ja. Ich glaub, er ist tot. Hier ist noch irgendwo ein Kleiner. Sei vorsichtig. Boah, wie das da am Vibrieren ist, Alter. Du hast gefickt. Alter, du hast grad volle Shot-Ladung abgekommen. Scheißvieh, Alter. So, weiter geht's. Action hier. Mission Ziel aktualisiert. Hm. Denk ich hier lang. Tschollala. Hi. Hi. Hier lang, oder? Nee. Hier lang. Alter. Verreckt doch, bitte. Leute, hast du nicht das Rad hinterher geschmissen? Ja. Voll in den Rücken, Alter. Achtung, Nachkampf ab. Verreck! Die halten sich sogar richtig die Arme, Alter. Ist wirklich cool. Ich finde das richtig uncool, wie viel die aushalten. Alter, ernsthaft? Ich drehe mal ein Redel. Jo. Oh, Moment, da war ein großer drin. Oh yeah, Bitch. Ich fand mein, äh, wo ich den umgebracht habe mit diesem Boomerang-Ding da, Alter, voll geil. Ja, weil der Kopf abgeflogen ist, ist einfach nur ganz stumpf. Und der Ball bleibt erstmal fett nach oben. Na unten, muss man. Nee. Bei dir war es noch, glaube ich, lang, oder? Ja, bei dir war es lang. Ja, bei mir war es. Ich laufe hier normalerweise immer richtig. Warte mal, von hier kommen wir. Ja, von hier kommen wir doch. Och nö. Och nö. Was auch nö. Ich bin da gerade unter Ursprung. Ich dachte, ich komme hier nicht mehr lang. Düm, düm, düm. Hier müssen wir lang. Ja, ich muss da lang. Pass auf, guck mal, jetzt hinter mir. Komm mal rein. Vielleicht wir müssen hier lang. Ich bin doch da. Bei dir. Ja. Jetzt guck. An geht's. Ja, was? Das ist so ein Plastikdinger, ne? Ja, Kopfschuss, 250. Ja, Kopfschuss, heimlich. Kopfschuss, 500. Ja, ich habe keine mehr davon. Alter, der Wichser lebt noch. Alter, ich will da jetzt so langsam durch. Großer. Ja, ich sehe ihn schon. Ich habe so einen kleinen Front, der für mich drauf rattert. Geht doch. Möchtest du jetzt nicht schon die Pulsweifel kommen? Nee. Hier kommen zwei Stück, pass auf, ja. Ah, stimmt. Erstmal kommt die Zähne. Ich steh! Wer sieht uns? Wer sieht uns? Okay, einen habe ich. Aua, der andere hat mich. Ich fliege auch. Du musst auch. Wirkse. Ja, der mache ich. Haben wir beide noch einmal, ne? Ja, deswegen. Okay. Voll aufs Bein geschossen. Aus dem Tresor, aus dem Tresor. War der nicht? Hat er jetzt hier, oder? Jupp. Jetzt geht's wieder los, ey. Ach Gott. Aber immerhin haben wir jetzt deutlich mehr Leben, ich sag's mal so. So. Kann losgehen. Ja. Mach doch die Scheiße. Der ist tot, Alter. Ja, der macht gleich Boom. Darum bin ich halt noch einen Schritt zurückgegangen. Hängt ja so... Oah. Bisschen an der Decke. So. Alter, ich liege. Ich komme da nicht ran, dann bei denen... Er versucht, dich zu töten. Erstmal noch. Hinter dir tritt dich gerade einer. Der hat der vorhin den Popo getreten. Alter, wie viele, ey. Zwei Stück noch. Okay, ich belebe mich wieder. Komm, hat doch keinen Sinn. Dreifach-Tötung. Vierfach-Tötung. Krassel. Sterbt. Mit dem. So. Aua. Hier waren wir noch nicht, ne? Doch, doch. Doch. Manche große eigentlich, vielleicht. Ja, jetzt kommen hier doch die ganze Zeit welche aus dem Dings raus. Aus dem Feuer, hier. Wer ist das? Ja, hier. Irgendwas schießt auf mich. Hab ihn. So. Alter. 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 Ich hoffe das hier ist der Final Fight Schildträger Wie auch immer dem der Kopf abgeflogen ist Äh nicht der Kopf sondern der Helm Sehr viele Schildträger Und keine Missviecher Oh Oh fast tot Bloß fort und bevor man geschützt Ich bin tatsächlich abgeschlossen Oh wir haben es geschafft ey Alter etlich Diese Jungs hätten viel mehr Spaß da rauszukommen als reinzukommen Ja klar mit dieser Waffe rauszukommen Anentologie Ich habe auch noch Sensenmann freigeschaltet Was hatte ich vorhin? Pfff Mamma mia Es ist von mir beide 13 We are down again Erreiche 10 Rache Kills in Legenden Tja Leute damit war es das mit diesem Let's Play Ich kann euch nochmal zeigen welcher Level wir gerade alle durchgespielt haben Diese hier im Endeffekt Und ja ob es dazu ein Singleplayer Let's Play folgen wird Ich bin zweifels ehrlich gesagt Weil mir das Spiel jetzt nicht ganz so gut gefallen hat Ich muss mal gucken Coop sind solche Spiele nämlich meist besser als wenn man jetzt Solo spielt Ja Aber ich würde sagen danke fürs Zusehen Leute Bis zum nächsten Mal Ciao Ciao Ciao